Ja, in den letzten Wochen war es relativ ruhig auf dem Kanal. Das hatte ich ja am Ende des letzten Jahres angekündigt. Ich hatte aber auch gesagt, sobald ich aus Neugier was ausprobiere, dürft ihr mir über die Schulter sehen. Und deshalb dieses kurze Video heute. Herzlich Willkommen auf Technik selbst erlebt. Beim Blättern in der alten Literatur ist mir eine Schaltung aufgefallen, die mich interessiert hat. Eigentlich müsste sie ziemlich nachbausicher sein, denn sie wurde wohl damals auch serienmäßig in Geräten verbaut. Es geht um eine Spannungsstabilisierung für sehr niedrige Spannungen. Sie wurde eingesetzt in elektronischen Kleinuhren, die mit nur einer 1,5 Volt Zelle oder einem Nickel-Cadmium Akku mit 1,2 Volt versorgt wurden. Im ersten Schritt wollen wir die Schaltung theoretisch analysieren und danach dann ausprobieren. So sieht die Schaltung aus. Ich habe mal die originale Transistorbestickung angegeben und die Typen, die ich verwenden werde. Was vielleicht am Anfang gleich auffällt, die Spannungsdifferenz zwischen Ein- und Ausgang ist sehr gering. Über Transistor 3 darf nur eine sehr geringe Restspannung bleiben. Bei modernen Planartransistoren sollte das gehen. Wie funktioniert die Schaltung? Transistor 1 bekommt über R1 einen Basisstrom. R1 ist sehr hochohmig, damit die Batterie nicht so stark belastet wird. Der Kollektorstrom von T1 öffnet jetzt auch den Längstransistor T3, sodass der Ausgang Spannung bekommt. Die Ausgangsspannung liegt über dem Spannungsteiler aus R2 und R3 an der Basis von Transistor 2. Wenn die Schwellspannung der Basis-Emmetterdiode von T2 erreicht ist, wird dieser geöffnet und beginnt die Basis von T1 kurz zu schließen, wodurch T1 und T3 wieder weniger leitend werden. Die Ausgangsspannung kann nicht weiter ansteigen. Offensichtlich wird hier die Schwellspannung der Basis-Emmetterdiode von Transistor 2 als Referenzspannung verwendet. Bei der angegebenen Ausgangsspannung von 1,15 Volt würde am Basis-Spannungsteiler die halbe Spannung, also knapp 0,6 Volt, liegen. Das entspricht etwa der Schwellspannung einer Siliziumdiode. Wie viel Strom könnte die Schaltung liefern? Zum einen kann der natürlich nicht größer sein als der maximale Kollektorstrom von T3, aber es gibt noch andere Einschränkungen. Bei einem R1 von einem Megaohm würde T1 einen Basisstrom von nur 0,6 µA bekommen, wenn wir die Eingangsspannung mit 1,2 Volt und die Basis-Emmitterspannung mit 0,6 Volt ansetzen. Angenommen die Stromverstärkung von T1 ist 100, dann bekommt die Basis von T3 60 µA. PNP-Typen hatten damals meist eine etwas geringere Stromverstärkung, wenn wir mit 50 rechnen, können wir einen maximalen Strom von 3 mA entnehmen. Für den Test habe ich mir Transistoren ausgemessen, die jeweils etwa die doppelte Stromverstärkung haben, damit müssten wir 6 mA schaffen. Sehen wir uns die Spannungen an. Ich speise etwas über 1,5 Volt ein und bekomme am Ausgang 0,94 Volt. Das ist weniger als erwartet. Ist die Restspannung am Transistor vielleicht zu hoch? Versuchen wir es mal mit einer höheren Eingangsspannung. Das hat keinen großen Effekt. Wie sieht dann unsere Referenzspannung aus? Die ist tatsächlich nur die Hälfte der Ausgangsspannung und viel niedriger als gedacht. Ich versuche es mal mit einem anderen Transistor. Das sind jetzt etwas über 1 Volt und die Basisspannung an T2 liegt bei 0,5 Volt. Wir müssen noch etwas nachhelfen, um die Spannung höher zu bekommen. Ich mache R2 etwas größer, dann sollte die Ausgangsspannung steigen. Versuchen wir es mal mit 68 Kiloohm. 1,11 Volt, das sollte jetzt reichen. Wie stabil ist denn die Spannung eigentlich? Bei höheren Strömen bricht sie stark zusammen. Bei 6 mA sinkt sie auf etwa 1,07 Volt. Das ist noch akzeptabel. Übrigens ist die Schaltung aufgrund der berechneten Strombegrenzung auch kurzschlussresistent. Wenn ich den Lastwiderstand auf 0 herunterregle, also den Ausgang kurzschließe, steigt der Strom kurzzeitig auf etwa 38 mA, der dann aber schnell sinkt, weil das meiste davon aus dem Kondensator am Ausgang kommt. Das ist also keine Gefahr für den Längstransistor. Ja, das war es im Prinzip schon. Zum einen wollte ich euch einfach mal die Schaltung zeigen. Vielleicht findet jemand eine Anwendung dafür. Und zum anderen hat vielleicht der eine oder andere durch die Schaltungsanalyse ein besseres Verständnis davon bekommen, wie Transistoren funktionieren und in einer Schaltung zusammenspielen. Bis zum nächsten Mal.